Die Poliglotte Katze Die Katze sitzt vor dem Mauseloch, in das die Maus vor kurzem kroch. Und denkt, da wart nicht lang ich, die Maus, die fang ich. Die Maus jedoch spricht in dem Bau, ich bin zwar klein, doch bin ich schlau, ich rühre mich nicht von hinnen, ich bleibe drinnen. Da plötzlich hört sie statt Miau ein lautvernehmliches Bau-Wau und lacht, die arme Katze, der Hund, der hat sie. Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen, anstatt vor meinem Loch zu sitzen. Doch leider, nun, man ahnt's bereits, war das ein Irrtum ihrerseits. Denn als die Maus vor's Loch hintritt, es war nur ein ganz kleiner Schritt, wird sie durch Katzenfotenkraft hinweggerafft. Danach wäscht sich die Katz die Pfote und spricht mit der ihr eigenen Note. Wie nützlich ist es dann und wann, wenn man ne fremde Sprache kann. S.A.E.K. 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 Untertitelung. BR 2018